Den Marktteilnehmern graut offensichtlich aktuell vor gar nichts. Wir haben zwar gesehen, dass der Markt eine Abwärtsbewegung gemacht hat, dies allerdings im übergeordneten Bild völlig normal, völlig vorhersehbar, was man auch immer darunter verstehen mag. Trotz alledem ist ziemlich genau das passiert, was wir zumindest mal als Mindestausmaß hier festgelegt hatten oder wo wir gesagt hatten, das wäre jetzt mal so das Minimum an einer Abwärtsbewegung, was wir uns vorstellen können. Das haben wir jetzt offensichtlich erreicht. Aber worauf ich hinaus will ist, um 14.30 Uhr haben wir Zahlen bekommen, die sehr schlecht sind, was der Markt gefeiert hat, indem er gesagt hat, dann gehen wir erst mal nach oben. Was ist passiert? Tatsächlich ist etwas heute Nachmittag veröffentlicht worden, das viele gar nicht so sehr auf dem Radar haben. Ich aber weiß, dass sehr viele Institutionelle, also die, die auf die tatsächliche konjunkturzyklischen Daten gucken, die im großen Bild unterwegs sind, als eine wichtige Kennziffer ansehen. Und das ist der Philadelphia FED-Index. Denn das ist ein Index, der für viele eine Art Früh-Früh-Indikator sozusagen ist. Also das allererste, was man so halbwegs ablesen kann. Und der ist desaströst veröffentlicht worden. 8,7 Minus war es zuletzt. Nur noch Minus 6,2. Also eine Verbesserung wurde erwartet. Also weniger Minus. Es ist aber auf Minus 19,4 nochmal runtergegangen. Das ist ein deutlicher Rücksetzer. Das heißt, all die Marktteilnehmer, die jetzt sehr fundamental, sehr zyklisch oder konjunkturzyklisch unterwegs sind und versuchen hier das Ganze in Einklang zu bringen, die haben gerade einen Faustschlag in die Magengrube bekommen im Sinne von, siehste, da geht nochmal was. Beziehungsweise eigentlich muss man sagen, eine Bestätigung. Denn diese Grundidee, die ist ja nicht jetzt ganz neu, dass der Konjunkturzyklus in einer gewissen gefährlichen Situation aktuell steckt. Das ist also jetzt nochmal ausgeweitet worden. Die aktiven Marktteilnehmer allerdings haben gesagt, ihr könnt uns alle mal. Das ist doch super. Wir haben eine schlechte Nachricht. Das ist klasse. Tatsächlich muss man das vielleicht ein bisschen in den Zusammenhang bringen, dass viele Marktteilnehmer jetzt davon ausgehen, Mensch, waren die Preisdaten nicht so nicht mehr, die waren doch gar nicht so schlecht. Das heißt, wir haben mehr konjunkturzyklische Probleme, aber nicht mehr so sehr das Inflationsproblem. Jetzt müsste doch die Notenbank wieder die Schleuse aufmachen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen der Grund sein, warum der Markt gedreht hat. Ihr wisst, ich bin Charttechniker. Ich frage nicht so sehr nach dem Warum. Da lässt sich immer irgendwie was finden, sondern ich gucke, wie reagieren die drauf. Und da sehen wir, dass die Marktteilnehmer aktuell zumindest mal diese Abwärtsbewegung ein bisschen in die Pause geschickt haben. Nichtsdestotrotz, das wesentliche Bild dieser Bewegung ist, naja, so ganz typisch klassisch eben, wie sich Marktteilnehmer verhalten. Wenn es eine starke Bewegung gibt, eine wackelige Bewegung, setzt sich die starke gerne nochmal fort. Das haben wir hier gesehen. Ziele dafür hatten wir auch ausgemacht. Die haben wir, wie gesagt, jetzt erreicht. Das heißt, wir haben das Mindestziel für diese Abwärtsbewegung rum. Jetzt wird neu entschieden, ob die Marktteilnehmer als Ernst meinen mit der Aufwärtsbewegung und jetzt nach oben gehen oder ob es doch nochmal nach unten geht. Wie gehen wir als Händler damit um? Wir müssen uns ja irgendwann festlegen. Ja, aber ich lege mich immer erst dann fest, wenn die anderen mir zeigen, was sie vorhaben. Sie lassen mich so ein bisschen in ihre Karten gucken und das sieht in etwa folgendermaßen aus. Nehmen wir mal an, dieses Bild wird passieren. Dann wäre es ja sinnvoll, wenn ich hier irgendwo jetzt anfange zu kaufen. Jetzt einfach pauschal mag ich nicht. Das ist mir zu vage, einfach da irgendwo in den Markt reinzukommen. Was ich aber ein gutes Zeichen finde, ist, wenn die Aufwärtsbewegung relativ stark ist und die Abwärtsbewegung relativ wackelig, korrektiv, eben mit fallenden Tiefs, fallenden Hochs, Kurseüberschneidungen eben ausgestattet ist. Naja, ihr seht so ungefähr, ihr seht hier das Gegenstück, die Abwärtsseite eben stark und dann seht ihr das da, viele Überschneidungen und so weiter. Also ich denke mal, das ist ziemlich auffällig. Der Unterschied, da kann man das so halbwegs auseinanderhalten, wie das in etwa aussieht. Das ist ja der erste mögliche Start dazu. Ich muss allerdings dazu sagen, hier sind wir gerade im 15-Minuten-Chart. Das klappen wir mal ein bisschen auf, dass wir ein bisschen mehr Details sehen. Ist das schon super? Ist das 3-wellig oder ist das 5-wellig? Wenn ihr jetzt ähnlich die Frage stellt wie ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also man könnte sagen, das ist doch 5-wellig, das ist doch super. 1, 2, 3, 4, 5. Allerdings ist diese hier relativ groß im Verhältnis zu der. Deshalb ist so ein bisschen die Restsorge, dass es möglicherweise eben doch eigentlich eher als im Großen gesehen 3-Welle aufgefasst werden muss. So und jetzt haben wir doch den großen Vorteil, wenn wir das hierfür nicht unbedingt wissen, dann halten wir uns, was das angeht, ein bisschen zurück. Aber wenn der Markt jetzt hier uns eine ABC tatsächlich beschert, hätten wir hier einen möglichen Einstieg vorläufig nochmal für die Long-Seite. Also dass der Kurs dann nochmal ein bisschen nach oben kommt. Also ihr seht, worauf ich da ziele. Ich möchte sehen, dass die eine Seite eben die schwächere ist als die andere. Deshalb vergleiche ich immer zwei Seiten. Im Moment ist das die stärkere und ist das die schwächere. Also man könnte auf die Idee kommen, wenn er hier durchgeht, dann shorte ich das Ganze nochmal, denn die starke Bewegungsrichtung ist die. Also das wäre ein möglicher Trigger für die Abwärtsseite. Und jetzt seht ihr, dass wir regelmäßig, das ist systemisch, mit Verlusten arbeiten müssen. Ich mache das ganze Bild mal ein bisschen groß, denn wenn ich an dieser Stelle zum Beispiel sage, wieso die starke Richtung war die, die schwächere Richtung ist nach oben, letzte hoch, vorletzte hoch, dann wäre das doch ein möglicher Short-Entry. Die Gefahr besteht, dass wir hier nochmal nach unten kommen, quasi für Short getriggert werden und der Kurs anschließend nach oben geht. Der große Vorteil ist, mein Risiko ist quasi ja nur bis zum Long-Einstieg wieder an der Stelle. Also diese Differenz oder wenn ihr es so macht wie ich mit der 78er Marke sogar noch ein klein bisschen weniger. Läuft der aber, habe ich natürlich auf der Gewinnseite typischerweise deutlich mehr Platz und dementsprechend lege ich mich ganz häufig, gar nicht wirklich fest für eine Richtung. Das muss noch die Marktteilnehmer entscheiden, wieso soll ich festlegen, welche Richtung. Ich nehme jeweils dieses Teilstück mit und sage mir, das nehme ich eben als möglichen Einstieg. Natürlich mag ich es noch lieber, wenn es noch deutlicher ist und deshalb wechsle ich mal auf ein paar alternative Märkte. Da sehe ich nämlich hier das S&P, der ist nicht so doll auf der bullischen Seite. Wir sehen, dass wir hier ebenfalls steigende Hochs haben, wenn auch sehr dezent. Also das bullische Bild beim S&P, nein. Gucken wir nochmal beim Nasdaq, da sind wir auch eher dreiwellig unterwegs. Ich gehe auch nochmal da auf den 5-Minuten-Chart hier. Das ist dreiwellig. Also im Moment ist die Aufwärtsseite, wie ich finde, nicht die schöne, nicht die attraktive Seite. Ich bin also, was das angeht, noch nicht so richtig überzeugt für die Aufwärtsseite. Aber für die Abwärtsseite müsste ich ja eh erst getriggert werden. Was ist, wenn ich falsch liege? Wenn jetzt der Möge, ich fühle mich mit aufwärts nicht wohl, ich verpasse das Ganze oder ich mache jetzt nichts. Und ich gucke nach einer Stunde drauf und der Kurs sieht so aus. Boah, dann ärgere ich mich schwarz, höre ich dann immer wieder Leute so. Naja, schade natürlich. Ich finde auch immer schöner, wenn ich dann noch so einen Gewinntrade mitnehme. Aber das Tolle ist, wenn ich dann irgendwann so eine Bewegung habe, die irgendwie so relativ stark nach oben geht, kommt früher oder später eine Korrektur und dann nehme ich halt die wieder mit. Das war ein Vorschlag von gestern, da hatten wir, glaube ich, gestern drüber gesprochen. Brauchen wir nicht mehr. Aber das, also selbst wenn ich diesen Teil verpasse, also nicht nur den hinteren, sondern die gesamte Aufwärtsbewegung, früher oder später kommt diese Korrektur, die eben mit vielen Kursüberschneidungen oder eben von mir aus auch irgendwie A, B, C ist, Trigger. Und dann habe ich die Chance, dann eben einzusteigen. Bitte seid nicht stinkig, wenn ihr meine Bewegung verpasst. Guckt zwischen den verschiedenen Märkten, ob es irgendwo schöner aussieht, dass ihr sagt, da sehe ich es besser, dann mache ich doch das. Dann orientiert euch an dieser Marke, an der die schöner aussieht. Wenn ihr es nicht erkennt, wartet, bis es wieder eine gute Situation eben entsprechend gibt. Also ihr seht so richtig die Entscheidung für die Long-Seite gefällt mir ehrlich gesagt im Moment noch nicht. Das ist mir zu wackerlich hier aktuell. Die stärkere Bewegungsrichtung ist abwärts. Ihr seht das abwärts, dreiwellig hoch, abwärts, wackerlich hier hoch, stark abwärts. Ihr seht auch, dass hier in der Abwärtsbewegung, hier diese internen, die kleinen Gegenbewegungen sind nicht überschneidend. Auch diese hier noch dazu, welche auch immer man nehmen wollt. Das sind alles so Indizien, was ist eher die Richtung, in die man sich orientiert, welche ist es nicht. Also ihr seht, das geht bis in kleinste Zeitebenen runter. Natürlich gilt das Gleiche für das Große. Und da können wir nochmal abschließend vielleicht einen Blick werfen, hier um vier Stunden Schattel am Nasdaq. Eins, zwei, drei, vielleicht macht er hier gerade die vier. Hier, selbst wenn er dann nochmal nach oben geht und ich das verpasse, die nächste Korrektur lässt vermuten, dass wir das nochmal kriegen. Also ich habe eine sehr gute Hoffnung, dass das passiert. Erfordert aber, dass der Markt früher oder später diese etwas größere Korrektur erst macht. Und anschließend bin ich damit dabei, nicht schon vorher. Das ist im Prinzip dann Zeitverschwendung, die Position schon zu halten und das Halten von Unnützen, zusätzlichem Risiko. Beim DAX haben wir diese Marken noch nicht erreicht. Ich mache es nochmal groß. Wir hatten sie hier auch eingezeichnet. Das ist ungefähr bei 14.060, 14.030. In etwa hier das ist der DAX Future aktuell, der Dezember-Kontrakt. Aber so habt ihr so eine ungefähre Idee, Größenordnung, wo das hingehen kann. Also auch der DAX hat noch ein bisschen Platz. Selbst wenn noch nicht dieser große Rücksetzer kommt, müssen wir immer noch damit rechnen, dass diese kleineren Rücksetzer sind. Also für die richtig tollen Bullen ist vielleicht jetzt nicht der optimale Zeitpunkt, jetzt schon reinzugehen. Ich würde eher warten, mindestens auf die kleinen Rücksetzer. Am liebsten eigentlich, aber auf den etwas größeren. Was ihr mit den bestehenden Positionen macht, habe ich jetzt mehrmals schon erklärt in den letzten Tagen. Das fange ich nicht wieder an in diesem Video. Das ändert sich ja nicht jetzt in den nächsten Stunden. Im kurzen Bild allerdings muss ich sagen, gefällt mir der DAX sehr gut. Guckt euch den 5-Minuten-Chart an. Jetzt schauen wir mal hier. Haben wir eine 1, 2, 3, 4, 5. Überlappungsfrei. Wenn wir hier jetzt eine A, B, C kriegen, welche Richtung glaubt ihr, welche werde ich handeln und an welcher Stelle? Richtig. Bei diesem Zwischenhoch wäre mein Long Trigger. Mit Erwartung, dass wir ungefähr das, was wir hier haben, ausgehend vom Tief, wo auch immer das liegt, das wissen wir noch nicht. Aber wo auch immer das liegt, nochmal bekommen. Und eine der simpelsten Formen der Stop wäre hier unten drunter. Respektive die 78er-Marke, die liegt dann etwas höher. Dann messt ihr von hier bis zum Einstieg. Dann liegt die 78er in etwa da. Dann habt ihr eine sehr schöne Chance-Risiko-Verhältnis und einen technisch wunderbaren Trade. Passiert das so? Keine Ahnung. Aber wenn das hier ist, das werde ich erkennen. Also wenn der Kurs so aussieht, erkenne ich das, dann sehe ich diese Marke, dann weiß ich Bescheid. Und wenn er aber so läuft, sind wir überlappend, dann weiß ich, hier ist mein Entry. Das gleiche Idee, nur eben dann von einem anderen Einstieg. So, also damit haben wir den DAX im Moment als den König gekürt, hier den DAX Future in dem Fall, als den interessantesten aktuell. Das können sich bei den Amerikanern ja noch ergeben, die haben ja noch ein bisschen was vor heute. Mal schauen. Behaltet das im Auge. Euch alles Gute und liebe Grüße. Ciao, ciao. Ciao.